Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende, seid gut durchgekommen und freut euch jetzt mit den Märkten auf das, was uns diese Woche erwartet. Aktuell sieht das ganz positiv aus, zumindest mal bei den Indizes macht es einen guten Eindruck. Wir haben hier mal den S&P 500 als Start heute. Dann schauen wir mal, wir sehen, dass wir auf dem Weg nach oben sind. Hier das Tief, damit ihr das einordnen könnt. Das war noch am 10. Februar am Mittag und seitdem ist der Kurs nach oben gegangen. Also nicht nur in der letzten Woche, sondern wo ist der Wochenwechsel gewesen? Hier war der Wochenwechsel und dann hier so ein bisschen Nachthandel. Aber heute geht es weiter nach oben und das ist eigentlich verheißungsvoll. Zwei Sachen, die mir dazu auffallen. Punkt 1 ist die Aufwärtsbewegung, die wir hier generell haben, über deren Qualität man sich streiten kann. Aber Aufwärtsbewegung bis zu diesem Punkt. Alles, was seit diesem Hochpunkt passiert ist, lässt sich eigentlich in so einer Bullenflagge, auch wenn der Mast ziemlich doof ist, aber in einer so Abwärtskorrektivbewegung wiedererkennen. Das heißt, es hat ein bisschen den Eindruck, als ob der Kurs weiter noch nach oben will. Ist das also jetzt die Einladung für den Kauf? Ich bin ein bisschen vorsichtig. Das wäre anders, wenn das hier eine wunderschöne Schubbewegung nach oben ist. Da bin ich da immer sehr, sehr offen für solche Rücksetzer und dann für die Kaufseite. Der Anstieg war jetzt hier nicht so schön. Der war hier doch sehr, sehr wackelig. Es geht, aber so richtig toll war er nicht. Ihr seht hier viele Rücksetzer, die überschneidend sind. Das ist nicht so der Burner. Auch wenn manch einer sagt, so egal, der Kurs ist hochgegangen. So egal ist das nicht. Der Ton macht die Musik. Ist die Regel auch an der Börse. Das heißt, das Wie spielt durchaus eine Rolle. Und das ist noch übersichtlich attraktiv. Eine Möglichkeit wäre jetzt, wenn er den Trendkanal hier verlässt. Den müsst ihr jetzt selber zeichnen, denn das wird ja mit jeder Kerze ein bisschen ein anderer Wert sein. Aber wenn er den Trendkanal nach oben verlässt oder die Zwischenhochs. Theoretisch diese Hochmarke oder notfalls wahrscheinlich auch schon diese Hochmarke. Wenn er diese nach oben durchstößt, geht es weiter hoch. Ziemlich wahrscheinlich bis hier hin. Und ihr seht, warum ich nicht so sehr begeistert bin. Die Wahrscheinlichkeit, wenn er das also diese Marke, diese schräge Linie oder diese beiden hier durchstößt. Das sind alles Indizien, die dafür sprechen, dass wir neue Hochs bekommen. Neue Hochs heißt über dieser Hochmarke. Das ist beim Index 4.210 ungefähr. Beim Index hier das Hoch vom 2. Februar. Das lohnt ja nun auch nicht mehr so richtig. Da ist nicht mehr so viel Spannung da. Um da jetzt oder so viel Überschuss dann nach oben offen, dass man da jetzt noch einsteigen muss. Also die Idee für die Longseite finde ich dann besser. Handelbar finde ich das persönlich ehrlich gesagt nicht. Natürlich besteht die Chance, dass der Kurs noch weiter nach oben geht. Aber ihr seht ja auch, so richtig toll ist das alles nicht. Immer viele Rücksetzer wieder überschneiden. Das muss man mögen. Wenn ihr sagt, das traue ich mir und meinem Depot zu. Dann will ich euch nicht aufhalten. Aber so richtig wohl ist es mir damit nicht, das als Empfehlung, die ich ja sowieso nicht ausgebe, auszusprechen. Ich werde es auf jeden Fall nicht machen, dass ich an diesen Stellen long gehe. Das ist mir nicht ganz geheuer. Ja, dann verpasst ihr ja wieder eine Aufwärtsbewegung. Ja, Punkt 1. Das kann durchaus sein. Aber Punkt 2. Dann, wenn ich das hier nicht sinnvoll umsetzen kann, weil es einfach von der Gestaltung nicht so sinnvoll ist, dann habe ich ja immer noch die Möglichkeit, hier zu gucken, was wir hier bekommen. Aktuell haben wir also seit dem Freitagstief so halbwegs diese Bewegung. Und da würde ich im Augenblick jetzt noch sagen, das könnte noch was Dreivilliges haben. Also meine Gefahrenmarke ist diese hier. Wenn ihr die nochmal durchstößt, bei 4080 in etwa, dann ist das erstmal richtig kritisch. Bleibt er oberhalb. Und, das wäre noch besser, sind rückwärtige Bewegungen sehr korrektiv. Also irgendwie so. Oder so, wie wir das hier in der Bullenflagge haben. Dann würde ich sagen, da geht noch ein bisschen mehr nach oben. Wir bleiben also in der Aufwärtsrichtung. Vielleicht habe ich also die Möglichkeit, schon frühzeitig Longpositionen dann einzurichten, die ich dann bei Erwartungshaltung, dass wir diese Zwischenhochs hier dann ja reißen, ja auch weiterlaufen lassen kann bis da oben hin. Also vom Kleinen sozusagen aufs Große handeln. Aber dafür möchte ich hier sehen, dass das ordentlich aussieht. Eine Variante habe ich euch schon gezeigt. Wenn wir hier jetzt irgendwie so ein bisschen ein korrektives Muster kriegen, dann ist das relativ stark, dieses Teilstück, das relativ schwache Trigger hier. Die Zwischenhochs, das kann ich mir ohne weiteres vorstellen, dass das Ganze passiert. Eine andere Variante wäre, hier hatten wir ja Pause, nochmal Anstieg, später nochmal eine Pause und nochmal einen Anstieg. Und ihr seht, so wie ich es jetzt gezeichnet habe, das ist eine andere Idee. Das weiß ich ja noch nicht, ob das so kommt, aber wenn die so aussieht, das heißt, wenn ich dann wieder zwei Pausen habe, nämlich hier vorne eine und hier eine, und die sind dann überschneidungsfrei, das heißt, das hier ist höher als die Oberseite dieser Korrekturzone hier vorne, dann ist das per se ja schon wieder ein Impuls, also ein hauptmäßiger Anstieg. Und dann kann man auch auf dieser Ebene dann die Korrektur dann nochmal handeln, also auf kleinerer Ebene seine Einstiege gegebenenfalls dann finden, um dann im Großen das Ganze laufen zu lassen. Also, das hier ist für mich mit großen Fragezeichen, da weiß ich nicht so richtig, das lohnt nicht so sehr. Die Ideen sind ja ganz gut, aber das Lohnswerte vom Risiko und den Chancen, das ist da nicht so richtig zu sehen. Wenn es eins von diesen Mustern hier gibt, was ich hier gezeichnet habe, dann wäre ich durchaus bereit, dann auf dieser kleineren Ebene dann eine Entscheidung entsprechend zu fällen. Dafür sollte er allerdings auch möglichst überschneidungsfrei seine Korrekturen, also diese Verhaltensmuster hinbekommen, denn überschneidungsfrei ist meistens ein ganz gutes Zeichen für, ja, da geht noch ein bisschen was. Also, je korrektiver es ist, desto unsicherer ist es. Es kann trotzdem laufen, wir sehen ja auch, hier ist er auch überschneidend, auch mit dem hier und auch mit dem hier und trotzdem ist es gelaufen, aber das sind die unsichereren Bewegungen. Besser ist es, wenn wir diese Überlappungsfreiheiten haben. So, aber das kann es ja hier noch durchaus ergehen, dass das uns so ergehen, dass das hier funktioniert. Eine Variante ist natürlich auch, wenn es da nicht schön aussieht, mal bei den Kollegen zu gucken, wie es da aussieht, zum Beispiel beim Nasdaq. Beim Nasdaq gibt es auch hier diese Variante hier dieses Rücksetzers. Hier hätten wir allerdings den Vorteil, dass es ein bisschen niedriger sind, diese Zwischenmarken, diese Bruchmarken, also ein bisschen mehr Potenzial zumindest noch nach oben ist. Also, wenn ihr das seht, schräge Linie, waagerechte Linie, waagerechte Linie, da ist ein bisschen mehr Platz auf dem Chance-Risiko-Verhältnis zumindest mal. Und wir haben aber natürlich auch noch die Möglichkeit hier, die starke Richtung, dreiwellig nach unten, starke Richtung, mal gucken, ob es hier jetzt wackelig irgendwie was ist. Bei dem Ausreißer ist mir eigentlich nicht so richtig wohl. Wenn es jetzt bei diesem ganz kleinen Spike bleibt, na gut. Aber dann sollte das nächste dann auch eine schöne Korrektur sein. Also ihr seht, die Tendenz ist durchaus vorläufig erst noch mal nach oben, bedingt aber, dass wir ungefähr solche Verlaufsmuster hier haben. Was hier auf den Tod nicht leiden kann, ist, wenn der jetzt hier irgendwie so nach oben kommt und dabei nicht richtig vortrieb, sondern viele Überschneidungen hier macht. Überschneidungen, ihr denkt dran, in der Aufwärtsbewegung die Abwärtsseiten vergleichen, die Gegenbewegungen immer vergleichen. Und wenn die viele Überschneidungen bekommen, ist es kein sehr gutes Zeichen. Dann lieber in die starke Richtung noch mal unterwegs sein. Das ist typischerweise das sinnvollere Bild. Also insofern latente Chancen weiterhin auch auf dem Weg nach oben. Um vielleicht sogar noch mal einen Einstieg zu finden. Wie gesagt, wenn ihr sowas hier vielleicht später kriegen solltet und dann hier noch mal eine etwas größere Korrektur im Laufe der Zeit. Ich muss jetzt nicht so breit sein, wie ich es gezeichnet habe, aber irgendwie sowas in Richtung, das sind alles bullische Szenarien. Aber die müsste er bringen. Was aber gar nicht gehen würde, wäre steile Abwärtsbewegung, insbesondere wenn er mit vorherigen Hochs hier noch mal durchstößt und Korrektiv hier nach oben kommt. Aktuell kann ich daraus leider keinen Trade formulieren. Viele wünschen sich ja immer, ah, das ist immer so nutzloses Geschwafel, weil keiner weiß nichts genaues. Ja, gut, das Schwafeln könnte ich mir natürlich sparen, aber man weiß es eben noch nicht. Und ich will euch ein bisschen zeigen, wie das aussehen muss, deshalb meine Zeichnung, damit ihr, wenn das ein oder andere Szenario ist, ihr sagt, ja, okay, jetzt erkenne ich das wieder, das hat er doch vorhin einmal aufgemalt. Im jetzigen Moment bin ich nicht in der Lage, eine Richtung da vorher zu sehen, wer noch long ist, ja, klar, Touché, weiterlaufen lassen, Stopp hinterherziehen irgendwie, scheint ja ganz okay zu sein, beispielsweise. Aber das ist für mich jetzt überhaupt kein Einstiegsszenario, auch wenn der Kurs natürlich jetzt noch weiterlaufen kann. Das verstehen aus meiner Sicht viele falsch, die dann sagen, ja, aber du bist hier nicht long gegangen, du bist also davon ausgegangen, es kann nicht weitersteigen. Doch, ich kann das mir schon ausmalen, dass es weitersteigt. Ich habe ja hier gesagt, das können durchaus Szenarien bis da oben hinlaufen. Aber diese sinnvoll zu handeln, ist halt immer so eine Sache. Den Stopp hier finde ich im Moment nicht so toll, denn die Ziele nach oben sind mit den schrägen Linien unter Umständen ja auch sogar einigermaßen begrenzt. Zusammengefasst, Aufwärtsseite finde ich im Moment hat den Vorzug verdient hier. Ich würde sehr gerne Korrekturen auf der Abwärtsseite sehen. Das sind dann klassische Einstiegsszenarien für mich. Korrekturen heißt, dreiwillig oder mehrfach überschneiden nach unten. Zwischenhochs mitnehmen, dann für Einstiege. Da bin ich dann auch gerne wieder mit an Bord. Das ist super, aber einfach blind links jetzt. Ach komm, der steigt bestimmt noch. Ich steige da mal ein. Das ist in der Regel schwer von der Umsetzung. Also kaufen ist immer einfach, aber ist schwer von der Umsetzung, dass ihr das mit Stops und Gewinnzielen oder möglichen Mindestzielen zumindest dann in einen sinnvollen Einklang da bringt. So, für die Short-Seite spricht im Moment noch nicht viel. Achtet allerdings drauf, solche Zwischentiefs, wenn die durchstoßen werden, ist immer Vorsicht angesagt und wenn das auch noch auf eine steile Art und Weise ist und die Gegenbewegungen eher so aussehen, selbst wenn er erst bricht und später dann dieses macht, das sind alles gute Zeichen für, oh oh, von wegen mit Long, wir gehen mal lieber auf die Short-Seite. Im Moment ist das nicht zu sehen. Also es gibt aktuell jetzt keinen Grund, hier auf die Short-Seite zu wechseln. Zumindest mal aktuell ist das nicht. All das, was wir besprochen haben, weil viele natürlich auch längerfristig sind, sind kurzfristige Szenarien. Also wenn ich hier von Long oder von Short rede, rede ich nicht im großen Bild, dass es jetzt tagelang runter oder tagelang hoch geht, sondern es geht mir um das, was wir im Nahkampf-Chart jetzt hier aktuell zu erwarten haben, um, naja, hier uns die Vorbereitung für den Wochenanfang heute, vielleicht noch bis morgen oder sowas, in der Richtung ein bisschen einfacher zu machen. Dow Jones gewählt mir ehrlich gesagt nicht so gut. Die Abwärtsseite ist, das ist der Vorteil, ist auch schön korrektiv. Ihr seht das hier, na, das muss man nicht so zeichnen, das könnte man auch so, so halbwegs in der Richtung. Ihr seht das hier. Man hat den Eindruck, das passt so halbwegs hier, Oberseiten, Unterseiten. Das muss nicht immer so sein, aber das sieht sehr korrektiv aus. Das lässt auch hier die Aufwärtsseite ganz gut aussehen. Ich muss aber gestehen, dass die Aufwärtsbewegung Frontab ja nun auch alles andere als überlappungsfrei, sprich Hauptkampfrichtungsmäßig unterwegs war. Deshalb zweifle ich noch so ein bisschen, ob ich das, was ich hier als Aufwärtsbewegung, und es ist ganz klar eine Aufwärtsbewegung, dass das, was ich da als Aufwärtsbewegung sehe, noch zur Orientierung, das ist der 13. Dezember gewesen, das Hoch beim Dow Jones, was wir hier seit dem, was war es, 20. Dezember als Aufwärtsbewegung haben, finde ich im Übergeordneten alles andere als eine attraktive Aufwärtsbewegung. Deshalb, da bin ich noch sehr vorsichtig. Im kleinen Bild, 5-Minuten-Chart, wunderbar, es sieht aufwärts auf. Wenn ihr dreiwellige Bewegungen, also irgendwie sowas wie hier, dreiwellige Bewegungen, das Ganze getriggert, das sind alles ganz gute Zeichen. Sprich, wenn es nachher wieder dreiwellig oder mehrwellig mit Überschneidung hier nach unten geht, kann man durchaus überlegen, da geht noch was auf der Longseite. Da kann man gegebenenfalls dann nochmal einen Einstieg in Trendfortsetzungsrichtung mit vielleicht nicht ganz klaren Zielhöhen, aber zumindest mit der Chance, dass es nochmal ein bisschen in die Aufwärtsrichtung weitergeht, sich da entsprechend orientieren. Also auch hier gibt es aktuell, auch wenn ich das doof finde, im Gesamteindruck, aktuell überhaupt gar kein Zeichen für die Short-Seite. Das wird häufig missverstanden. Viele sagen dann immer, ja, du bist so pessimistisch und ja, du wartest auf einen Crash. Nee, also nur weil ich das als sehr realistisches Ziel habe, jetzt sitze ich ja nicht heulend hier und warte drauf, dass er jetzt runterfällt, solange der Kurs nach oben geht, sind die Long-Positionen natürlich locker zu halten. Ja, entweder mit Trailing-Stop oder vielleicht sogar im Kleinen neue Positionen aufzumachen. Da spricht ja nichts dagegen. Ja, also bitte sowas nicht falsch verstehen. Es geht aber darum, so ein bisschen zu erkennen, wo haben wir denn die starken und die schwachen Richtungen. Und ich muss sagen, aufwärts ist jetzt nicht die stärkste Bewegung, die ich in meinem Leben gesehen habe, aber schwach aufwärts ist halt auch noch nicht runter, um es mal so zu sagen. Ja, also insofern ist das noch kein Zeichen für die Short-Seite, aber eben auch noch nicht für, nee, jetzt, das ist ein super Zeichen, die sind alle total begeistert. Das kann man hier nicht wirklich erkennen an dem Verlauf, den wir da haben. So, im Kleinen habe ich es gesagt, kleine Rücksetzer, wackeliger Natur, hervorragend, gefährdrot, wenn es so aussieht und die Gegenseite wackelig ist. Im Moment haben wir das nicht, insofern droht aktuell nicht so wirklich die Gefahr auf der Seite. Hier hatten wir das zum Beispiel stark runter, wackelig hoch und Trigger wäre ich sehr vorsichtig geblieben. Es ist aber nicht wackelig hoch, sondern steil hoch. Also gleich wieder die Long-Seite dann im Petto. Zum Schluss den DAX und da muss ich sagen, finde ich spannend aktuell. Ich war so ein bisschen am überlegen, ob ich das als einen Trade-Vorschlag machen soll. So ganz glücklich bin ich noch nicht. Aber angucken wollen wir es uns trotzdem jetzt mal. Was ich sehr schön finde, ist dieses Hoch. Es ist auffällig. Warum das zustande gekommen ist oder wo, das haben wir hier oben letzte Woche besprochen. Schaut euch das notfalls nochmal an in den alten Aufzeichnungen. Hier oben hat sich der Dreh ergeben. Hoch letzte Woche. Wunderbar. Anschließend eine Bewegung runter. Und jetzt machen wir mal eine Schnelleinschätzung. Ist das eher korrektiv oder ist es impulsiv? Ihr denkt dran, korrektiv ist in der Regel dreiwellig, eher so zur Seite gehend, eher schwach von der Bewegungsrichtung. Könnte auch irgendwie mit vielen Überschneidungen sein. Während impulsiv eine Bewegung oder Impuls ist, die möglichst einwellig ist oder wenn sie mal Pausen hat, die Pausen weit voneinander entfernt sind. Und ich denke mal, auf den ersten Blick würde man sagen, das ist wohl eine impulsive Richtung. Wenn wir eine impulsive Richtung haben, müssten wir jetzt als nächstes mal gucken, ist die nächste korrektiv oder impulsiv? So auf den ersten Blick würde ich sagen, wir haben Gegenbewegung, Gegenbewegung, Gegenbewegung irgendwie. Also latent ist die Aufwärtsseite. Die schwächere, ich bin also in der Sorge, dass es nochmal runter geht, wenn er die Unterseiten irgendwo bricht. Zwei, drei Tests müssen wir dazu machen. Ich mache das mal groß, das ist der DAX-Index. Ist die Korrektur schon groß genug? Da messen wir von oben bis unten und wir wissen, am liebsten sollte der Kurs in diese Zone reingehen. Und das hat er gesehen, das passt also, S38-20 hat er gesehen. Dieser Rücksetzer würde also passen. Zweites ist, das ist so ein bisschen, muss man nicht ganz genau nehmen, aber ich will, dass die Korrektur nicht schneller ist als die starke Bewegung. Die starke Bewegung hatte diesen Winkel hier runter. Der Gegenwinkel ist quasi diese Linie. Wir sind rechts davon. Das bedeutet, dass diese Bewegung schwächer ist als diese, also weniger stark von der Bewegung. Das passt also auch. Insofern ist das hier durchaus ein Szenario für eine Korrektur. Das Einzige, was ich jetzt nicht optimal finde, sonst hätte ich dieses definitiv als ein Trade vorgeschlagen. Ich mag es am liebsten, wenn das eine sehr schöne symmetrische ABC ist. Das heißt, dieses hier hinten und das vordere gleich ist. Das passt jetzt nicht so richtig. Hier sind wir ja mehrfach. Was ich allerdings auch sehe ist, dass das immer kleiner werdende Rücksetzer sind. Das kann durchaus eine Korrektur sein. Das spricht überhaupt nicht dagegen. Nur, wenn ich sowas habe, ist das jetzt ein guter Short-Trigger? Da habe ich so meine Schwierigkeiten mit. Für die Profis unter euch, warum? Ich kann mir vorstellen, das ist eine erste Welle, das ist eine ABC zweite Welle gewesen. Das ist die erste der dritten, zweite der dritten irgendwie und so weiter. Wir sind also auf einem sehr kleinen Wellengrad und wenn der mal wieder eine Nummer größer korrigiert, dann triggert er uns auf der Short-Seite und ist aber insgesamt immer noch bullisch. Das, wie ich es jetzt gezeichnet habe, passt nicht ganz. Das ist ein bisschen irreführend jetzt. Aber das ist die große Gefahr, die da ist. Deshalb ist das hier ein sehr, wie wir sagen würden, aggressiver Einstieg für die Short-Seite. Das kann man auch ein bisschen messen, wenn man sagt, aggressiv ist wieder so ein subjektives Wort. Messt einfach mal so, dass das Trendkanal mäßig passt und zwar idealerweise oben und unten so halbwegs. Und dann sollten die Trigger-Tiefs auch in der Nähe dieser unteren Trendlinie sein. Also da hier würde ich jetzt sagen, okay, aber der ist ja Kilometer von dieser Linie entfernt, ist also ein, wie ich finde, aggressiver Trigger. Kann man machen, dass man sagt, da gehe ich Short in der hoffnungsvollen Erwartung, dass er weit läuft. Wenn ich Pech habe, werde ich mit diesem Minus ausgestoppt. Aber wenn es richtig läuft, verdiene ich noch mehr, als ich hier jetzt angezeigt habe, weil das die 1 zu 1 Projektion natürlich noch tiefer ist. Also für die, die auch mal Verlust-Trades aushalten können, wäre das eine sehr aggressive Möglichkeit, da was zu tun. Denn das Chance-Risiko-Verhältnis ist natürlich genial. Aber die Chance, damit falsch zu liegen, weil wir ja immer innerhalb des Trendkanals immer noch später wieder Drehbewegungen möglich haben, die ist dann verhältnismäßig groß. Das ist der Grund, warum ich leider jetzt im Moment noch strauchle, euch das als einen Short-Trade vorzuschlagen. Dementsprechend wäre eine Möglichkeit, diese Marke hier. Denn das ist die, die, was diesen Trendkanal angeht oder diese ungefähre Orientierung daran, am ehesten hier, sagen wir mal, übereinstimmt mit dem, wo ich dann sagen würde, jawohl, diese hier erfüllt die Bedingung. Aber wer mich kennt, weiß, ich mag nicht so gerne, wenn diese Marke hier und das absolute Tief sehr ähnlich sind. Warum? Es gibt ein Szenario, das sind diese Seitwärtskorrekturen. Das hatte ich erklärt in dem 8000er DAX-Video. Und dabei unterschießt dieses Tief sehr gerne das. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn ihr hier erst einsteigt, der Kurs leicht unterschießt und dann dreht, habt ihr quasi fast keine Chance, den Stop sinnvoll nachzuziehen. Das ist regelmäßig dann, wenn der Entry fast auf dem tiefsten Punkt ist. Das gleiche gilt natürlich auf der Oberseite, bei dem fast auf dem höchsten Punkt ist. Das ist der Grund, warum ich sage, ja, ich finde hier irgendwie die Short-Seite besser, aber ich bin nicht glücklich bei den Varianten, wie ich hier reinkommen soll in den Trade. Aber wenn wir Glück haben, macht er ja später vielleicht nochmal sowas. Und dann hätten wir ja wieder was, was ich toll finde. Nämlich einen wunderbaren Entry-Trigger hier mit Erwartungshaltung, dass er runter geht. Also vielleicht müssen wir den Kerl nochmal ein bisschen warten lassen. Heute ist ja eh nicht mehr so arg lang. Und wenn er dann da drunter geht morgen, also vielleicht macht er diese Bewegung, dann wäre das ein Short-Trigger. Und den stelle ich euch dann natürlich sehr gerne auch mit den ganz konkreten Handelsmarken vor. Ihr seht, das ist gar nicht so einfach. Ach, man denkt dann häufig, ach komm, ich mach jetzt mal. Das Schlimmste eigentlich als Händler ist, notfalls die Zurückhaltung zu bewahren. Die Contenance, wie man so schön sagt, mach mal lieber nichts, wenn es nicht so gut aussieht. Lass dir doch das mal schön machen. Denn wenn der Kurs nämlich nur so ein bisschen runterkommt, sind wir halbfroh, dass wir nicht Short sind, weil der Kurs ja auch notfalls im übergeordneten Bild, solange er nichts Vernünftiges triggert, noch weiter nach oben geht. Also beim DAX bin ich eher versucht, die Abwehrseite zu fahren. Wer sagt, völlig unrealistisch, die müssen gleich laufen. Ne, müssen sie nicht. Und wenn ihr euch die Index-Verläufe mal angeguckt habt, der Dow hat das Hoch hier nicht gemacht an der Stelle. Der war am, was haben wir gesagt, hier im Dezember irgendwo hatte der sein Hoch. Das war hier, ne, war noch nicht mal da, war hier vorne irgendwo. Da seht ihr schon, dass DAX und Dow oder der amerikanische Markt noch längst nicht immer in die gleiche Richtung laufen müssen. Das war das Hoch beim Dow und seitdem hat er keinen höheren Punkt mehr gesehen. Da hat der DAX gesagt, das machen wir aber anders. Also lasst euch da nicht irreführen, von wegen kann nicht sein, weil die müssen ja immer exakt gleich sein. Ähnlich sicherlich, aber gleich noch längst nicht. Ich hoffe, dass es euch eine gute Anregung ist. Leider jetzt nicht mit einer ganz konkreten Geschichte, das würde ich euch sehr gerne bieten. Aber bevor ich euch einen halbwegs sinnvollen Trade gebe, warten wir lieber, bis die Situation besser ist. Oder ihr guckt selber ein bisschen drauf, bis es aus eurer Sicht für euren Handelsansatz, wie auch immer ihr ihn gestaltet, vielleicht so ähnlich, wie ich es mache, vielleicht aber auch ganz anders, aber dass es für euch passend ist. In diesem Sinne euch erstmal alles Gute und liebe Grüße. und